Und, was machst du in deiner Freizeit? Und was machst du in deiner Freizeit? Ich lese sehr gerne. Ich sammle Briefmarken. Was sind deine Hobbys? Mein Hobby ist Schmetterlinge sammeln. Mein neues Hobby ist Film. Mein neues Hobby ist Gitarre spielen. Mein neues Hobby ist Gitarre spielen. Mein neues Hobby ist Saufen. Prost! Mein Hobby ist Saufen. Prost! Mein Hobby ist Mathe lernen in Namibia. Mein Hobby ist Mathe lernen in Namibia. Mein Hobby ist für meinen Mann kochen. Mein Hobby ist für meinen Mann kochen. Mein Hobby ist, kein Hobby zu haben. Wie lange machst du das schon? Seitdem ich zwei bin. Ich spiele gerne Fußball. Wie viele Leute sind in deinem Team? Wie viele Leute sind in deinem Team? In meinem Team sind elf Leute. Bist du ein guter Spieler? Ja, ich habe sehr viel trainiert. Was brauchst du für dein Hobby? Ich brauche nur einen Ball und zwei Tore. Was brauchst du für dein Hobby? Ich brauche nur einen Ball und zwei Tore. Ich voltigiere, das heißt, ich mache Gymnastik auf einem Pferd. Spielst du ein Instrument? Spielst du ein Instrument? Ich spiele Klavier und singe. Mein Hobby ist Putzen. Nimmst du an Wettkämpfen teil? Ja, ich nehme fast jedes Wochenende an Wettkämpfen teil. Nimmst du an Wettkämpfen teil? Ja, ich nehme fast jedes Wochenende an Wettkämpfen teil. Du schläfst gerne. Ist das also dein Hobby? Du schläfst gerne. Ist das also dein Hobby? Ja, es ist das auch. Ich aber smenche. Ich sag mal, was muss ich dich erzeugt? Nein, ich nehme die 해야beden. Was ist das Heimi?